Tachchen, ich grüße euch zu einem neuen Proteinriegeltest Ahead Omega Bars. Habe ich vom guten Luca zugeschickt bekommen. Die Dinger waren bei der Höhle der Löwen und ja, das muss nicht unbedingt heißen, dass es gut ist, aber das macht es zumindest erwähnenswert. Und deswegen schauen wir sie uns jetzt an, was so drin steckt und ob sie wirklich so sehr Ahead sind als wie andere Riegel. Ja, wir starten durch und ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind die guten Dinger. Man muss dazu sagen, es gibt noch die Sorte Peanut Chocolate. Erstmal Hallöchen, schön, dass ihr dabei geblieben seid nach dem Intro. Wusstet ihr eigentlich, die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, dass das das Geräusch einer Mikrowelle ist, das da blinkt? Ja, tatsächlich ist das so. Insiderwissen. Daraus hat es verraten. Also ich, das ist mein Name, falls das auch noch nicht jeder weiß. Omega Bars war bei der Höhle der Löwen, Ultra-Fancy-Riegel mit Omega-3-Fettsäuren. Ja, man sieht es hier ein bisschen schon symbolisiert an den Bildchen. Ups, jetzt fällt hier die Kamera um. Das Stativ ist nämlich tatsächlich kaputt. Gut, dass ich noch eins habe. So, das ist jetzt einfach mal, wir tun jetzt einfach mal so, als ob hier nichts passiert wäre. Und es gab auch ein Heftchen dazu. Head Nutrition. Da können wir mal kurz reinschauen. Da hat der gute Luca, danke übrigens nochmal an dich, mir die Dinger hier auch aufgeschlagen. Die Omega Bars, die Snack-Revolution. The Human Performance Company. Oh, also ohne die Human Performance Company kann der Mensch wohl nicht performen. Okay. Ja, also man kann sich das Ganze jetzt hier angucken. Nerdwissen, DHA aus Meeresalgen. DHA, das ist halt so eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. DHA, Dokosahexansäure. Ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, Omega-3. Genau, und dann ist, glaube ich, auch noch eine drin. Weil irgendwas mit EPA hatte ich das auch nicht irgendwo gelesen. Oder zumindest ist das eine von den Omega-3-Fettsäuren auch. Nichtsdestotrotz, was steht drin? Weltweit erste Regel, der dir den Gehirnwirkstoff DHA aus Meeresmikroalgen liefert. Man kann übrigens auch Studien lesen, dass es gut fürs Herz sein soll, diese Omega-3-Fettsäure. Und ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und bildet damit einen wichtigen Baustoff für das Gehirn. Das aufgenommene DHA wird in neuronale Membranen eingelagert und verbessert so die Membran-Fluidität und damit die Reizleitungssignale, Übertragung zwischen den Gehirnzellen. Ah ja, trägt damit so eine normalen Gehirnfunktion bei. Tatsächlich kann man darüber Studien lesen. Und ich muss euch jetzt hier direkt sagen, ich werde da gar nicht großartig drauf ausholen. Denn ich habe einfach schlicht keinen Bock, mich durch tausend Studien zu lesen. Aber wir wissen es und das ist Fakt, Omega-3-Fettsäuren sind schon gesund. Es gab zum Beispiel auch Studien, so eine kleine Studie, die ich gerade gelesen habe, oder so ein Ergebnis davon, dass Leute, die mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, da war so ein Beispiel anhand von Japanern zum Beispiel und Europäern. Und Japanern ernähren sich ja sehr fischreich, dadurch nehmen sie viele Omega-3-Fettsäuren auf. Dass die zum Beispiel bei einer bestimmten Studie Betrachtungswinkel-Auswertung eine geringere Herztodwahrscheinlichkeit hat bei plötzlichem Herztod als Europäer. Ob das jetzt nur daran liegt, ist immer die Frage, weil man kann natürlich nicht alle anderen Faktoren noch ausblenden. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie, keine Ahnung, mehr gedrillt werden und mehr abkönnen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das weiß man jetzt nicht. Deswegen informiert euch gerne selbst darüber, aber es stimmt schon, dass das gesunde Fettsäuren sind. Und ich habe auch noch nie einen Riegel gesehen, wo die drin sind. Das muss man dazu halt auch sagen. Omega-Bar im Sinne von auch Omega ist ja das letzte, das Alpha und das Omega. Und vielleicht deswegen das ultimative Omega-3 aus Algenöl, made in Germany, vegetarisch. 50 Gramm, sind überall ausverkaufbar, aber so kriegt man noch ein paar Reste. Ich weiß nicht, ob sie die nicht mehr nachproduzieren. Vielleicht war das nur so ein One-Hit-Wonder, eben für die Höhle der Löwen und Geld gemacht. Und jetzt, tschüss, weg mit den Dingern, weil die sind schon seit einigen Wochen ausverkauft. Vielleicht produzieren sie die nicht nach. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ja einer von euch mehr. Gibt es, wie gesagt, noch bei Amazon. Regulär haben sie gekostet, 12er Paket, 29,90 Euro. Und damit so ziemlich die teuersten Proteinriegel, die ich jemals gesehen habe. Aber es sind ja auch nicht nur Proteinriegel, es sind ja Omega-Riegels. Und man muss natürlich auch sagen, kleines Unternehmen wiederum. Und eben auch was Neues mit Omega-3-Fettsäuren. Von daher kann man dann wieder sagen, okay, besser die teuer als Massenprodukte von Wider & Co. teuer. Ich lasse das mal einfach so stehen, sonst heißt es wieder, ich motze nur rum, wenn Sachen teuer sind. Es ist absolut nicht teuer, dass 12 Stück davon 30 Euro kosten. Das ist günstig. Molkenprotein-Konzentrat ist drin. Schau mal schön. Reissirup, hier wird also gesund gesüßt. Oligofruktose ist auch drin. Haferflocken sind drin. Gute Kohlenhydrate, damit machen sie auch Werbung. Molkenprotein, Krispies, Reismehl, Immogatoren, Feuchtemittel, Glycerin. Das kennt man so weit. Mandeln sind auch drin. Sonnenblumen, Protein-Krispies sind drin. Habe ich auch noch nicht gesehen. Milcheiweiß, weiße Schokolade, Vollmilchpulver, Magermilchpulver. Kein Kollagenhydrolysat. Sehr schön. Haben wir jetzt hier Öl aus der Mikroalge. Schizochytrium, irgendwas, 1,4%. Natürliche Aromen sind auch drin. Vitamine sind drin. Zitronenöl für den Geschmack. Und ja, das ist das Ganze. Jetzt hier eben die Sorte Cheesecake. Wenn wir uns den hier anschauen, dann sieht das auch ähnlich aus. Die Basis, Haferflocken, Molken, Reissirup für die Süße, Oligofruktose, Molkenproteinkonzentrat. Haselnüsse in dem Fall drin. Sonnenblumen, Protein, Krispies wieder drin. Nochmal Milcheiweiß. Keine Dinge ins Kirchen. Kein Kollagenhydrolysat. Genau, Omega-3-4-Sorten hier eben aus dieser Mikroalge und nicht zum Beispiel aus Fisch. Weil meistens kennt man aus fetten Fisch, aus Lachs. Essen ist wirklich gesund. Und ja, aber im Gegensatz dazu Salty Caramel, Lemon Cheesecake. Ich habe Bewertungen auf Amazon gesehen und soll ja nicht ganz so lecker sein. Ich bin mal gespannt. Hier sieht man nochmal das Profil davon. Und so, sorry, jetzt ist hier gerade das Stativ nochmal umgekippt. Ich habe, glaube ich, geguckt, das, was hier in so einem Riegel drin ist, das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Zum Beispiel wird Schwangerinnen und so empfohlen, diese und jene Menge zu nehmen, um für eine gute Kindesentwicklung zu sorgen oder zusätzlich zu nehmen. Der normale Mensch braucht das alles nicht, wenn er sich halbwegs ausgewogen ernährt. Aber zum Beispiel wird eben gesagt, Schwangere sollen so und so viel nehmen. Und das geht tatsächlich schon in die Richtung, in die Menge, die man da als Frau nehmen sollte. Ich glaube, das waren so 200 Milligramm irgendwie von DHA. Irgendwie um den Dreh unter Vorbehalt schaut es, wie gesagt, gerne im Internet nach. Ja, hier haben wir die Nährwerte pro 100 Gramm, 368 Kilokalorien, also ähnlich wie, ich sage mal, Proteinriegel, Energyriegel, 11 Gramm Fett. Wir haben 11 Gramm Ballaststoffe, wir haben 27 Gramm Eiweiß, also quasi durchschnittlich viel. Wir haben auch Vitamin B5 drin und Zucker eben aus, jetzt nicht Industriezucker, sondern eben Oligofunk-Reissirup. Ist aber irgendwo ja auch Zucker, aber natürlich jetzt kein verarbeiteter Zucker. Wir gucken ihn uns jetzt mal an. Auf den Bildern sahen sie ja tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, gesund aus. Ja, und das, boah, das sind hier. Das ist ein Monster. Geiler Block. Okay. Das ist mal eine Schuhsohle. So sieht der aus, dass ich einfach so, ja, so ein Block, der gemacht wird. Kein fanziges Zeug dran. Er soll ja vor allem healthy und gesund sein. Ich habe einen Kommentar bei Amazon gelesen, hey, das ist ein schneller Satz fürs Frühstück. Entschuldigen mal bitte. Ich hoffe, dass du nicht nur irgendwie ein 180-Kalorien-Frühstück zu dir nimmst. Das wäre ein bisschen, aber gut, es gibt Leute, die frühstücken gar nicht. Ob das jetzt so gut ist, sei mal dahingestellt. Egal. Er riecht tatsächlich ein bisschen nach Zitrone. Ist ja auch Zitronenöl drin. Und ich probiere jetzt mal. Boah, ey. Konsistenz. Die ist krass. Der Geschmack. Ja, ist jetzt nicht so gut. Ist, ähm, die Konsistenz finde ich tatsächlich ziemlich geil. Entschuldigt, falls ich jetzt mal ein bisschen schmatze, weil an den Dinger muss man echt lang rumbeißen. Ähm. Die sind leicht knusprig, weil eben so kleine Krispys drin sind. Vielleicht auch von Nüssen. Kann man das auch merken. In jedem Fall konsistent wirklich wie so ein hartes Karamellbonbon. Ich finde das ganz geil. Geschmacklich. Kaum süß. Relativ wenig süß. Ein bisschen getreidig. Wobei, nee, so schlecht schmecken sie eigentlich auch nicht. Also dieses hat überhaupt nichts mit irgendeinem Proteinriegel oder Süßigkeit zu tun. Das hier schmeckt wirklich wie so ein gesundes irgendwas. Ähm, es hat was. Das ist wie mit den Vegans-Porteinriegeln. Die schmecken irgendwie auf den ersten Bissen auch merkwürdig. Aber wenn man da nochmal probiert, schmecken sie gar nicht mal so schlecht. Ähm. Irgendwie haben sie was. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich bin mal gespannt, was der hier kann. Aber, versteht mich nicht falsch, ich muss es ausdrücklich sagen. Das Ding schmeckt nicht so gut wie ein Snickers oder wie ein leckerer Proteinriegel. Es schmeckt anders. Es hat einfach irgendwie was. Manch einer würde ihn aber auch als Mophie bezeichnen. Und viele Leute auf Amazon haben gesagt, dass das Ding schrecklich schmeckt. Und ich kann verstehen, warum sie das sagen. Aber, das ist vielleicht meine eigene Faszination. Irgendwie hat es was. Aber, ist jetzt, wie gesagt, also wenn ich die Wahl habe, ja dann doch lieber irgendwie so ein Snickers White oder so. Salty Caramel. War ja klar, dass es draufsteht. Komisch, dass es keine Cookies-in-Cream-Sorte gibt. Auch hart wie eine Schuhsohle. Riecht tatsächlich sogar ein ganz bisschen nach Karamell vielleicht. Salz ist 0,2,2. Ach, das andere. Also, salzig ist er nicht. Hat tatsächlich so ein leichtes Karamellaroma, aber nicht so ein, ich sag mal, gutes, wie es zum Beispiel der Chief Proteinriegel hat. Ein super Salzkaramellaroma. Aber, aber der hier hat auch was. Es schmeckt so ein bisschen nach Hafer, es schmeckt nach Getreide, es schmeckt nach Cereal. Weil, irgendwie ist er lecker. Und, ähm, scheiße, muss ich jetzt mal am Balkon aufholen. Also, man kann vielleicht irgendwo festhalten, die Regeln sind gar nicht so verkehrt. Und, wie gesagt, man müsste sich jetzt nochmal richtig auseinandersetzen mit dieser Thematik, ob diese ganzen, ob man das braucht. Also, wie gesagt, eigentlich braucht man es nicht. Das kann man halt nachlesen. Das weiß man auch. Wenn man sich halbwegs ausgewogen ernährt, dann braucht man solche Zusatzdinger nicht. Allerdings wird man sich damit auch nicht schaden. Und, ähm, es ist was Neues. Es ist eine andere Idee. Ich habe es so noch nicht gesehen. Ich denke, es ist so ein bisschen auch im Sinne des eigenen Ermessens, ob man sich für tatsächlich ziemlich viel Geld da zusätzlich so, ich sag mal, was Gutes tun will. Man kann es vielleicht auch nicht unbedingt als ein Genussprodukt bezeichnen, weil ich glaube schon, viele Leute würden es nicht mögen. Andererseits, viele Leute schon, gerade die, die sagen, ähm, unverarbeitete Lebensmittel. Ich bin so ein bisschen zwiespätig. Ich finde sie nicht verkehrt. Sie haben irgendwie was. Und, ähm, was Zutaten, Nährwert angeht, ist das auch alles völlig in Ordnung. Da ist irgendwie kein Müll drin. Es ist wirklich, ich sag jetzt mal, bodenständiger als so manche Proteinriegel. Und, ähm, Protein, 27 Gramm ist auch in Ordnung. Mal kein Kollagenhydrodisat und, ähm, wie sind Omega-3-Fettsäure. Ähm, ja, das ist in Ordnung. Also, ich weiß nicht, ob es hier nochmal wiederkommt. Wir können ja hier einfach so ein bisschen drüber diskutieren. Vielleicht habt ihr davon auch gehört. Was ist eure Meinung zu diesen Dingern? Habt ihr sie probiert? Wie findet ihr sie? Oder meint ihr, so einen Quatsch braucht man sowieso nicht? Ähm, ich würde sie mir so oder so nicht kaufen. Oder nach dem Motto, sind mir eh viel zu teuer, kaufe ich nicht. Gerne die Kommentare. Gerne eines der Videos hier anschauen, die noch verlinkt sind. Ich danke dafür und sage bis zum nächsten Mal. Danke nochmal Luca und macht's gut. Bis bald und ciao.